Ich bin heute mal wieder joggen und treffe mich mit dem Kumpel, Daniel, mein Laufpartner heute. Ich weiß nicht, zwei, drei Kilometer haben wir. Daniel hat freundlicherweise auf mich gewartet, hat wieder Probleme mit dem Oberschenkel, aber bei Daniel läuft's. Ziehen durch. Okay, Leute, wir sind fertig. Ich bin acht Kilometer, 8,4 Kilometer in 40 Minuten gelaufen. Daniel hat mich heute richtig gefordert. Wie lange hast du gebraucht? Sechs Kilometer in 28 Minuten. Hardcore. Und auf jeden Fall, glaube ich, gehe ich jetzt erstmal zum Atem und lasse meinen Oberschenkel checken. Heute wieder einen sehr talentierten Mann getroffen. Er hat sehr viele Sprachen drauf. Guten Tag, meine Freunde. Alles klar? Guten Tag, meine Freunde. Alles gut? Hallo, wie geht's dir? Alles gut? Ich hoffe, dass alle glücklich sind. In den Niederlanden habe ich kein Problem. Und ich würde sagen, in der Hollande, tot ziens. Wie viele Sprachen waren das insgesamt? Italienisch, Spanisch, Französisch und Holländisch, Englisch. Top, oder? Bye! Wie ich jetzt gerade festgestellt habe, ist der Maschiplatz ein großer Kennenlernort. Also gestern oder vor zwei Tagen, weil das habe ich auch noch mal jemand kennengelernt. Hier nochmal der kurze Ausschnitt dazu. So, ich bin am Joggen. Ich habe eines Freund gefunden. Er kommt dazu. Hallo! Hallo! Top! Ja, und heute schon wieder den Typen. Naja, so ist das halt. Jetzt war ich gerade bei Baby-Valz, habe ein Geschenk gekauft für einen Kollegen, für Lia, die Tochter von Falk und Christina. Von hier haben wir den geholt, Baby-Valz. Hallo! Hallo! Ich hätte gerne einen Gutschein. Ja. Mit Tüte oder geht das so? Äh, das geht so. Ja. Okay, vielen Dank. Sonst eine schöne Feierabend. Tschüss! Und jetzt treffe ich mich mit den Jungs. Und hier ist heute Markt. So, wen haben wir denn hier? Janusz, Chakal, alles gut? Klar. Locker vier Kilo Fleisch jetzt, ne? Ja, irgendwie so. Zweieinhalb Kilo. Wie viele Leute sind wir? Sechs. Sechs. Jeder 400 Gramm? Hahaha. Okay, wir sind noch nicht komplett. Der Eikopf wurde gemacht. Jetzt verliere ich mal, was es gut ist. Eins. Ja, Mann. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Acht. Neun. Zwölf. Drei. Zehn. Drei. Vier. Zehn. Fünfzehn. Sechzehn. Einzehn. Äh. Und zwanzig. Alter, Rekord, Junge. Da findet die Vorbereitung statt. Hier wird die schon verzerrt. Kalk ist da, Ivo ist da. Danusch ist da. Oh, Kalk ist schon fast fertig. Guten Appetit. Danke. Dann schaust du zurück. Soll ich den Berger schon reinschmeißen? Ja, ganz genau. Das beste Spiel was es gibt. Oh, man! Zu viert. Wo ist der vier Player? Dacht man. Hier ist der vier Player Adapter. Und hier sind die vier Jungs. Hallo. Hi. Falk von uns. Für was? Für dein Bibi. Nein, das ist nicht nötig. Oh Mensch, ihr seid ja süß. Danke vielmals. Danke schön. Babywilds. Oh, 6 Euro kann man schön Bibi klammern. Danke sehr. Adieu, war ein sehr schöner Abend. Viel gegessen, mein Buch ist doppelt so groß wie sonst. Jetzt muss ich nach Hause Joe ziehen. Bis dann, ne? Ciao. Falk hat heute einen neuen Klimmzug-Rekord gemacht. Fahrer kann nichts. Das ist unsere Klimmzug-Statistik hier. Jawohl. So, das war das Essen. Da sind noch die Kreaturen. So, Yibo wäscht ab. Tschüss. Tschüss. Yibo, tschüss. Hat echt Spaß gemacht. Tschüss. Ciao, ciao. Können wir das wiederholen? Bye, bye, adios, go la fe. Go la fe. Vergehen Sie. Tschau.